blub blub noch mal geblubbert boah shit doch die wand an krasse kacke ja dann können wir auch den unteren weg da kurz aufdecken weil wir hier unten gerade sind das passt ja dann auf eine art und weise boah da hat der heldenboss hier zu viel schaden gemacht ne ich glaub schon ja das war echt krass aber der war glaube ich auch stufe 47 ich glaube ich ja mit seinem blutbad attacke und ich wollte gerade fragen ob da wieder immer noch da ich dachte die gehen irgendwann weg meine die dornbüsche stehen immer dort scheiße ich bin schon wieder echt tot es geht ja war hier nur ein blutbar gerettet sind deswegen mit ihrer blatt pool attacke so dass ich jetzt einmal in ruhe das hitze steht aktivieren danke hatten stoppt es sind außer weltliche truhe wow ganz schön viel coole drin ist mein lieber bonus und neptun ich habe was weiß aufgehoben doch größte weiß aufgehoben krasseste sache des großen ja und man merkt es wieder ein stück das wäre jetzt wieder einen großen schritt in richtung viele andere marschieren die werden aber auch gemeinert die viecher oh ja das stimmt ganz besonders die blut magierinnen so jetzt haben wir glaube ich hoffentlich alles aufgedeckt ja sieht gut aus bloß wir müssen unsere grabsteine kurz holen spieler grab ich hoffe ja ich hoffe ja dass der heldenboss ist tot ist ne ich glaube nie der hat wieder voll geheilt oder doch der ist tot gut großbogen großmeister bogenschütze des großmeisters und der hat ja auch noch zusätzlich übelsten schein verursacht so oh hier und stimmt ich auch ich auch ein bisschen ja ja zumindest ein bisschen kann ich auch nie zauberern tatsache geil den flammen vulkan ja die sogenannte eruption geil so so mein spieler grab mit 6000 erfahrung ja und meiner mit 5000 so so nee das war gelegt cool ja so jetzt können wir den richtigen weg wieder nehmen ja siehste das war nämlich doch der richtige weg hm hm aber wirst du wohl recht haben ja ja genau dann jetzt nehme ich da oben links äh rechts weiter genau hier so hier so und da so und überall so lagertaddy und schon wieder so viele bogenschützen das gibt es nicht doch gibt schon noch lol der wollte wegrennen ist aber trotzdem noch gestorben fantastisch sehr gute was für ein toller Bugs ja gut dass er hier die schon aus der ferne gekillt haben die vier ja auch wenn es sehr gemeint auch wenn es ein bisschen gemeint war aber scheiß drauf wenn die zu uns gemeint sind dann dürfen wir auch gemeint zu denen sein ja das ist ganz normal finde ich normally du rennst ja nur alleine rum schon seit geraumer zeit ja dann komm ne du rennst ja nur alleine rum dann bewegt dein süßchen kleinen hintern wir sind auch nur zu dritt unterwegs schon seit geraumer zeit so ja so jetzt wir warte du kannst nicht mehr tragen man weil dein event auch voll ist ja ach bogenschützen ihr seid nervig no 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 jetzt aber oh mon dieu oh 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 man ey ja und die erste etage super dann wäre gleich zufrieden dann kommt die null der etage nein das gibt es nicht etage null etage null das ende ach du scheiße totengeißel totengeißel mit frostwäschern eh oh gott die lebensfresser sind hier wieder dämonenblut 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 fantastisch so nochmal und äh äh die limos viecher machen hier wieder mit was denn nimbus 3000 bischo ne äh hier diese na auch toni oh man äh diese lebensfresser da nach genau hier erzlimos frostwächter ja toll die können uns die können uns glaube ich nach einer gewissen zeit einfrieren und aussagen genau oh flammwächter und die können uns befremden dann kommt der luftwächter und der erdwächter ja wahrscheinlich ich hm ob wir erstmal noch raus möchten ok aber die gehen eigentlich und und level up ok z gratulation geil schon stufe 40 geilo geht geilo matiko abo und stärker nochmal ich muss mal wieder hier hast du noch was und hier hast du noch was so bitte äh ja danke ja ja hättest du zwar auch verkaufen können aber naja ich brauche platz im inventar auf und die ganz geilen sachen die noch kommen ach du scheiße flammwächter erzgeißel totengeißel und flammfest super außerweltliche truhe boah oh roben da war wieder was blaues nur eine robe ach dann ist das garantiert für dich oh oh gewänder von erebus ja und 29 30 sind auf jeden fall alle aus erstmal hin aber die machen weniger und es ist gerade oh moment kurz oh man war das gerade im kampf äh ist ja der wahnsinn gewesen ja alter schau weder so das war ein schreien der erfahrung den ich auch brauche weil du mich wieder voraus bist hä du hast den doch genommen ja weil ich den dringende brauche als du ja mit diesen flammwächter oh ja das sind viele aber die machen gar nicht so viel schaden wahrscheinlich liegt das daran weil ich 75 prozent feuerwiderstand habe ja das kann sein ja ja sieht gut aus gut gut ja ich habe noch ganz kurz auf der großkarte nachgeguckt ob wir bis jetzt auch alles aufgedeckt haben sieht bis jetzt gut aus sehr gut sehr gut und auch mehr flammwächter ist super ich glaube bei dem frostwächern bei den frostwächern geht du mal vor weil du hast mehr frostwiderstand nur 8 prozent ja eben deswegen siehste und jetzt haben die dich auf den kicker und die greift dich an Ok, der greift mich an, siehste, passt doch, so, ah, ne, 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 scheiße, ne, passt doch, ne, passt doch, ne, die haben mich auf den Kicker, weil die mich zuerst gesehen haben, und Geisel, Dämonenblut, ja, fantastisch, achso, Dämonenblut, zwei von, achso, ja, warte, dann kann ich dir auch nochmal Dämonenblut geben, achso, braucht man nicht, boah, diese Möglichkeiten, alter Schwede, ja, siehste, ah, ne, ne, nicht schon wieder, Frostwächter, geh du mal vor, Toni, wohin, ne, lang, ja, kann man vollzügig an, schon wieder, schon wieder Dämonenblut, Das ist auch schon vier von fünf, okay, die tropfen das wahrscheinlich sehr oft, ja, so, gibt es hier noch irgendwas, ja, weiß ich nicht, ja, okay, Flammwächter, Todengeister, Todengeister, genau, stirb, so, da hinten mal schlafen kurz, Ruhe, Oh, Essenz von Ariston, hm, Kannst du haben, Essenz von Ariston, hab ich auch schon voll, Fähigkeitsstörung, So, 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 je, geil verkaufen, alter, 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 Ja, geile, geile, kacke, Ich hoffe ja, dass wir bald viele, dein Händler sehen, ja, dieser kacke, ganz besonders bei den frostwächtern ich hoffe dass jetzt wieder flammenwächter kommen das sehe ich nicht so wacher kämpfer kommt wieder nicht so treppen da unten da kommt noch etage 0 da geht es eben auch tiefer ok holig gibt es hierher hierher hallo na was hast du denn admetus hier drin ist es sicher ich habe den schlüssel gefunden und diese tür aufgeschlossen ich war schon überall auf diesen ebenen und habe schon viele dinge gesehen ich habe kerber ausgesehen der von seiner pflicht entbunden wurde nimm dich also in acht denn er streut durch diese gegend ich glaube es ist ja wo es aber dafür sind hier ganz schön nette tot darauf viele wow juli aufgrund fast nur gold fantastisch und auch hier jetzt dürfen wir gleich der paus wahrscheinlich nur das jetzt nur muss das jetzt aktualisiert wurden hatte was steht da ist gegen händler was dürfen wir dann machen die tue 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 hoffentlich schafft er ist nach er ist ja so nicht nur gut geht auch okay die illusion müssen wir wahrscheinlich jetzt schon wieder bogen schützen auch und ist sehr gute sachen macht das du hast nicht ja weil die jedes mal abhauen auch die scheiße und hält muss das neilbos ja 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 wo ich gerade leckt boah leck eh voll die leckattacke ja was für ein gemetzel boah das hat aber gerade furchtbar stark geleckt anzug der mache eh die leckattacke können ja ja das können sie gut da ist nix gefrühstückt alles hier so so ja ich bin schon da ja bist du da ja gleich so wie lange geht das doch ich sag das doch gleich dass es hier lang geht kleine miese kiste wo ein bisschen kohle drin ist und moneten und asche und kies genau oh oh hier gibt es auch wieder weitere Thron kreisliche truhe aus dem hartes land ja okay erst die arbeit dann das vergnügen ja ach zwei dumme ein gedanke ja mein ist der champion bogen schützen ja der mich umgebracht hat ja oh Gott wo bist du denn jetzt irgendwo hier ganz so ach da okay okay ich warte